hallo und willkommen zurück zu let's play check the lines back in action okay so irgendwie ist hier verwundet wer ist denn das okay der irre nehmen einfach mal wieder zusammen ich will hier nicht das noch was passiert so okay gut na ja hier ist noch so ein typ oben mit einem revolver mit einem helm und die typen da drin warten eigentlich dass wir da reinkommen und hier sitzen auch noch zwei die in die völlig falsche richtung schauen aber die typen jungs sind hier ja nicht so dafür bekannt dass die geistige also ergüsse haben aber wir haben es dann wir haben den ersten teil von alma dann fertig das ist auch schon mal was ich drehe sich da drin von a nach b okay geht man hier hin der typ da oben der macht irgendwie nix okay sein des keepers ja 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 sehr gut okay so mal gucken was hat der für eine waffe sind eigentlich eben so kleine scheiß dinge aber der gut 85 naja so der liegt da oben am nachter die sitzen da hinten auf ihrem hohen rost ja mein gott ich will mich hier irgendwo ist rein springen dann bewegt euch mal weiter hier tja gut aha ja hier die typen sehen wir ja sogar von hier das ist doch super ja schießt einfach ein russischer freund mein russischer freund ja noch sieht ja auch was okay so okay was so ok 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 das einmal an ok ich komme vor ich habe Was sieht denn gar nicht? Na doch jetzt. Nein, höre man nicht. Was ist los? Hallo? Aha. Ja, geht einfach mal da rein. Die scheinen eh nicht wirklich was mitzubekommen. Lauft, lauft, lauft. Ja, kommt, kommt. Rein da so, schön ums Eck. Okay. Ein Schützen-Igel, wie man das in der Fachsprache so nennt. Moment, ist das ne Frag-Renade? Ja, ist ne Frag-Renade. Okay. Ähm, hier hinlaufen. Ding nehmen. Kann er nur bis hierhin werfen. Na gut, dann... Dann einfach mal nix machen. Okay. So. Jetzt aber. Ja, Ira, Ira, leg dich einfach hin. Bist du so viel nix zu gebrauchen. Ja? Got it? Gut. Nein, aber du machst nix sanitätsmäßiges. So. Got it! Okay. Yes. Steroid. I'm on it. Steroid. Granate nehmen. Granate hier hin, pfeffern. Hier zurücklaufen. I do copy. Hinsetzen. Automatik. Defense. Und los geht's. Äh, schauen wo was rauskommt. Ja, schmeiß. Ja. Okay, du. Ja, 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 mach einfach mal. Ich mein, was soll denn der Scheiß, wo, wo schmeißt du die Granate hin? So. Gut. MD. Ne, sieht eh nix. Scheißdreck. Ah, weg. Okay, okay. Ähm. I'm on it. What is that? Ja. Sehr schön. Ist da nicht noch einer? Ja. Warte mal. Du? Äh. Hast ne Axt. Okay. Ist egal, falls Maddox das nicht überlebt. Wird schon passen. Wird schon passen. Okay. Wird schon passen. Enemie! Äh. Hör. 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 Ha, Leute. Es ist schön, dass ihr immer drauf schießt, aber... Es ist unnötig. Hör. Schade. Okay. Wir gehen weiter. Ja. Ähm. Ne, den mal wieder zusammen. Beziehungsweise klebt den mal wieder zusammen. Okay. Ja, das war ja einfach. So. Scheißdreck. Ah, das war ja. Dann ist noch mehr Bullshit. Ja, bittel Kohle wenigstens. Ah, okay. Hier ist... Stereoids Nimm mal das Ding in die Hand Äh, hast du Emotionen her? Okay, der Typ steht, oder kniet da oben Lauf einfach mal hier hin So, dann vielleicht kriegen wir den ja gleich mit einem Schuss oder so wieder runter Das wär echt cool Ich verstehe Ah, zwei Schüsse mal Äh? Nein Dabei, dabei Dann sind wir wieder nicht getroffen, aber macht ja nix Wir haben ja noch den anderen Typen hier Der hat auch so einen Dicken Yes Okay, so Hm Du Got him Schieß einfach mal drauf Meinetwegen bist du kein Mensch Junge, mir ist es mir egal Ich will den von hier unten erledigen Er schießt relativ, also schneller Ähm, vielleicht liegt's auch am Scope Hm Hm Oh man Leute Das kann doch nicht zu schwer sein, oder? Warum macht der nix? Naja, Alter, lass gut sein, echt Ihr seid beide unfähig Passt Hm Achja, okay Gut, dann Äh, räumen wir hier die letzten paar Einmal auch nicht Äh, ja Räumlichkeiten aus Das sind eh nur mehr 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja 7 7 Gegner Mein Gott ist ihm leicht Ähh B... books Ähh Ausgerüstete Gegner Das kriegen wir doch gleich mal schnell hin, hoff ich Ehh, lad mal nach, he Und so, Ira robbed, ja, tja, Ira robbed, so, Grunty gehst du hier hin, und MD geht, nee, okay, aha, so sieht das aus, ja doch, MD geht da nicht. Aha, aha, na ja, gut. 1, 2, hinlegen, 1, 2, 3, 4, 5, hinlegen, und, ja, du machst dasselbe. 1, 2, 1, 2, 3, ähm, und, du machst die Tür auf, und siehst den dann nicht mal, oder? Ja, so, ja, so, okay, ja, geht dem halt doch mal aus dem Weg, äh, nee, geht, ja, genau, wie meine zwei unnötigsten sind, ne? Ja, ja, so, okay, siehst du weg, super. Aha, da ist ja noch einer. Na, der sieht ihn nicht. Ja, muss, muss Grunty halt mal allein machen. Sollte nicht das Problem sein, denke ich. Äh, Mad Dog, äh, du kannst den hier bekämpfen, oder? Ja, ja, so. Ja, schieß. Grunty hier. Inzwischen kannst du, warum trifft, also, hoppa, Grunty. Nein, äh, ja, äh. Und, perfekt. Sehr schön. Wunderbar. Ja, der Idiot am Dach, ja, gut. Der bleibt halt mal da, ne? Okay, wie kommen wir hier am besten raus? Ich sehe eine grüne Tür. Nein. Cool. Na, okay. Bereit? Gut. Ganzer Trupp. Läuft hier raus. Hopp, 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 hopp. Okay, wir haben es gleich, Leute. Wir haben es gleich. Hoffe ich, ich hoffe jetzt einfach, hier sind keine Minen. Also würde ich seltsam halten, wenn die hier in Minen wären. Aber geht hier alles? Und wer läuft da vorne? Aira, ja, wäre jetzt ein so der Verlust, ne? So. Aira, du gehst man hier nach hinten, weil dich braucht hier keine Sau. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber... Ach, fuck, ist das eine große Entfernung. Okay, Jungs und Mädels. Ähm. Ich weiß nicht. Ah ja, hier, hier können wir hingehen. Hier ist der Koffer. So ein bisschen halt. Und der weiß auch, dass wir hier... Auch, ja. Präsent sind. I'm bored. Okay. So. What? So, ja, ihr... Okay, gut, ihr... Hm? Vielleicht im Stehen? Ja, im Stehen geht's. Ich höre dich. Na, ja, erstmal nachladen. Gut. Und... Und... Du schießt auch. Und... Du darfst auch schießen. Und... Warte mal, kannst du den da drin vielleicht? Ja, ja. Okay. Okay. Ich glaube, ich habe den da drin. Passt. Hehehe. Ah. Ah, hoppa. Okay, so Perfekt Okay, so Einer lebt noch Ja, ja, chill mal Okay, gut, die wissen, dass wir hier sind Oder der weiß, dass wir hier sind Ich weiß nicht, das ist eine Pistole Das sieht aus wie ein irakischer Polizist Ich finde es cool, wie ihr da drinstecken bleibt, aber es muss nicht sein, oder? Nein, Leute Zuganaten Yo Ich finde etwas Ich höre ein Geräusch nebenbei Ich warte, okay Ready Okay Okay Hm What next? Roger that Ich höre you Ich höre you Ich höre you